hallo alle zusammen heute mal ein bisschen anderes video eigentlich war ich schon soweit fertig und wollte noch ein paar zutaten einkaufen für mein zweites video mit fondue bzw raclette soßen und dann wurde bei mir geklingelt und dass ich ein einschreiben bekommen habe habe ich schon gewundert weil ich wusste jetzt woher das sein kann und habe dann aber den namen gesehen und dann war es mir halt klar und zwar ich habe jetzt zwei jobs bzw den einen habe ich jetzt gehabt und warum ich das video mache ist einfach dass ich einfach damit sagen will trotzdem zu fehlern in anführungszeichen zu stehen also fehler kann ich halt in anführungszeichen weil ich kann habe es mir auch nicht so ausgesucht aber ich wollte halt dieser hammer jetzt einfache erklären und zwar das hat halt jetzt alles so gut gepasst ich habe ja einmal dass ich mit der tagesmutter zusammen arbeite und das ist aber nur also das ist halt sehr gering und hat nur so zwei stunden und das wollte ich halt auch nicht unbedingt aufgeben und dann hatte ich mir halt noch einen anderen job gesucht und das war jetzt dass ich so beeinträchtige beeinträchtige kinder als begleitperson mit in die schule gefahren habe und abgeholt habe und das konnte ich halt dann gut verbinden es hat halt perfekt gepasst dass ich halt das eine auch nicht aufgeben musste so dann habe ich mich halt letztes jahr da also habe ich da hat angerufen weil ich wusste dass die stellen suchen und dann hat 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 halt der chef mich halt gefragt ob ich denn also das ging die stelle war da stand irgendwie als bei also dass ein beifahrer oder beifahrerin gesucht wird es also es wäre nicht schlecht wenn man auch ein führerschein hätte aber es wäre nicht förderlich oder forderlich oder so und dann habe ich halt und dann hat er mich aber halt gefragt und ich habe gesagt ja ich habe einen führerschein und dann hat wusste er halt auch und ich habe gesagt ja ich also wenn ich das mal üben wird mit dem bus zu fahren würde ich mir das denke ich mal auch zutrauen natürlich kann man das dann erst richtig sagen wenn man halt das dann mal gefahren hat wenn man vorher so ein größeres auto jetzt noch nicht gefahren ist aber ich habe es mir zugetraut vom kopf her also von der vorstellung her so und jetzt war das kürzlich also bevor wir jetzt ferien hatten habe ich dann schon mal versucht bin ich mit dem bus gefahren also der fahrer hat dann saß dann halt aber neben dran und ich bin halt gefahren das hat auch super funktioniert und dann bin ich aber eine strecke mal alleine gefahren und zwar auf einer schnellstraße und dann habe ich halt eine panikattacke bekommen und ich also ich habe ja medikament gegen angststörungen aber das hat mich dann halt total überrollt und ich habe ja auch eine verantwortung gegenüber anderen gegenüber mir gegenüber dem die auf der straße sind gegenüber den kindern und es war mir natürlich unangenehm aber ich habe das dann halt später dem fahrer halt gesagt also meinem kollegen und dann hat halt mein kollege weil er noch was besprechen musste musste mit unserem chef und der hat halt also unser chef hat halt ganz viele busse unter sich und der will halt oder mein ex chef jetzt der will halt dass man jetzt nicht wegen geben klein kram ihn unbedingt anruft weil der natürlich viel zu tun hat was ich auch verstehe dann hat halt der mein kollege oder ex kollege halt zu ihm gesagt dass das zwar funktioniert hat als wir zusammengefahren sind aber wo ich dann alleine war also hat ihm deshalb einfach erklärt und dann hat er halt wohl nur so gesagt also der chef so eier ich krieg auch panik wenn ich hier ans telefon gehe und so also der ist halt so ein bisschen so naja aber dann habe ich halt gedacht das ist jetzt geklärt und ich denke dass er mich da auch vielleicht dann mit jemand anders verwechselt hat auf jeden fall war das so dass jetzt seit vor weihnachten die letzten tage unsere schüler das ist ja nur eine klasse besteht ja nur aus sechs schülern die wir gefahren haben und die haben sich halt gemeinschaftlich dafür halt entschieden dass sie halt jetzt wo man halt entscheiden konnte ob man in die schule geht oder nicht dass sie nicht gehen also hatte ich da sozusagen schon früher frei oder hat mich halt der chef sozusagen angerufen dass ich an zwei mittagen einen anderen bus fahren soll und dann habe ich gesagt ja mein kollege hat auch gesagt dass ich da diese angststörung hat und dann fing er halt an ja ich hätte aber gesagt dann hätte er mich ganz woanders eingeteilt ich hätte ja gesagt ich kann das fahren und dann habe ich gesagt ich war halt in dem moment total überfordert also ich rasche gerade mit meinen taschentüchern übrigens rum weil ich so ein bisschen hebelig bin weil das ja alles gerade eben erst war und dann habe ich gesagt dass ich ja auch der annahme war das ist ja jetzt gerade erst also weder telefoniert haben waren das ja gerade drei wochen oder zwei wochen her also um den tribo das passiert ist und habe ich halt gesagt das ist ja jetzt gerade da ist gewesen naja und dann hat er halt gesagt also irgendwie ist das gespräch dann auf jeden fall halt zu ende gegangen und ich war halt so ja also ich bin halt in so einer hinsicht dann nicht so spontan sondern habe mir dann auch mal meine gedanken gemacht und habe ihm dann halt noch mal eine e mail geschrieben um das zu erklären dass es natürlich stimmt dass ich das am anfang gesagt habe dass ich mir das zutrauen weil es ja nummerfaktens mäßig auch so war und dass ich halt damit ja auch nicht gerechnet habe sonst hätte ich ja zu meinem fahrer gar nicht gesagt komm lass mich den bus mal fahren dann hätte ich ja dann hätte ich ja von anfang an zu dem chef dann wirklich gesagt wo ich den brotkreuzkurs gesehen habe das war das einzige mal wo wir uns persönlich gesehen haben da hätte ich ja gesagt nur als beifahrer wäre für mich nicht das problem gewesen aber wenn ich es mir zutrauen natürlich sage ich natürlich ich habe führerschein kein problem und naja und jetzt habe ich halt die kündigung bekommen wo er drin steht also halt wird es dann auch wieder so hingestellt dass ich ja das gesagt habe und dass es ja nicht zutrifft und ich komme jetzt halt schon so ein bisschen also ich weiß schon dass ich mich richtig verhalten habe und stehe da auch voll und ganz dahinter weil ich weiß halt nicht was ich hätte anders machen sollen also ich meine es ist blöd genug wenn man diese krankheit hat ich denke da können viele mitsprechen die das auch haben ich bin froh dass ich das soweit im griff habe dass ich alles normal machen kann das konnte ich davor vor gar nicht bevor ich das medikament hatte auch wenn ich nicht sagen will und nimmt alle medikamente um gottes willen aber davor war das habe ich nur schwindel gehabt den ganzen tag also hatte voll die gleichgewichtsstörungen und so das hing alles damit zusammen und das habe ich aber nicht deuten können und ja auf jeden fall will ich zu arg abschweifen finde ich halt nur irgendwie halt ja irgendwie ungerecht weil ich meine mein fahrer der braucht ja jetzt auch wieder einen beifahrer also weil die busse die dürfen ja nur fahren wenn fahrer und beifahrer da ist und deswegen finde ich seit irgendwie jetzt ungerecht dass er aus dem grund mich rausschmeißt weil er ja jemand anders neues dann dafür braucht aber naja gut es ist wie es ist aber ich wollte halt also in dem video jetzt einfach also oder ich mache das video nur so ihr kennt mich ja ich bin eigentlich lustig und haha und das bin ich ja auch aber wie ich am anfang gesagt habe dass man trotzdem dazu stehen soll wenn man halt so was hat andere hätten vielleicht das gar nicht gesagt an meiner stelle und hätten gedacht ich ziehe das jetzt durch ich ziehe das jetzt durch und bring vielleicht dann andere in gefahr oder so bei mir war das natürlich unangenehm mein fahrer der war irgendwie froh weil das ist sein busse so sein heiligtum dass er dann den bus in unserem team abgeben muss und nicht dass jetzt ein ganz anderer fahrer dann mal eingesetzt werden müsste wenn mein fahrer wenn der jetzt mal zum beispiel krank ist und das war mir natürlich auch alles total unangenehm erst dass das das klappt mit dem fahren und dann wo ich dann alleine fahr doch nicht oder muss dem chef wieder das gesagt werden und so ein hin und her ich bin ja eher der typisch mag er so im hintergrund sein und nicht so im mittelpunkt stehen und das war ja jetzt dann total gegeben aber ja deswegen ist einfach meine message jetzt hier steht dazu wenn ihr auch irgendwie was habt oder so und ja einfach das will ich einfach nur sagen dass man trotzdem dazu stehen soll und jetzt gehe ich trotzdem einkaufen meine fondue soße für euch und raclette lasst mich jetzt halt nicht unterkriegen nur die tränen müssen noch getrocknet werden so macht's gut